Werbespots wie aus Hollywood-Blockbustern. Auftritte in Sportarenen und tausende Helfer im ganzen Land, die noch unentschiedene Wählerinnen und Wähler gewinnen sollen. Der Wahlkampf in den USA nimmt absurde Formen an und verschlingt Millionen von Dollar. Warum spielt Geld so eine große Rolle für die Präsidentschaftswahlen? Und welchen Einfluss haben Großspender auf den Verlauf des amerikanischen Wahlkampfs? Das klären wir heute. Ich bin Maximilian Sepp und das ist Shortcut. Mir ist heute Roland Nelles aus Washington zugeschaltet. Dort lebt er als Korrespondent für den Spiegel und muss sich seit Jahren durch Plakate, Werbespots und Newsletter kämpfen, die ihn dauerhaft zum Spenden animieren wollen. Erstmal hallo Roland. Hallo nach Berlin. Roland, wann war denn das letzte Mal, dass du aufgefordert wurdest, für einen US-Präsidentschaftskandidaten zu spenden? Ich glaube so vor fünf Minuten ungefähr. Habe ich mal wieder eine Text-Message gekriegt auf mein Handy, dass ich jetzt für Trump spenden soll oder für sonst irgendwen. Fünf Dollar würden schon reichen. Sowas kriegt man hier ständig. Wenn man irgendwo mal seine E-Mail-Adresse oder seine Handynummer abgegeben hat, dann wird man bombardiert mit diesen Aufforderungen zu spenden von allen Parteien. Es wird also ganz schön viel Aufwand betrieben, um Spenden einzusammeln in den USA. Aber welches System steckt da genau dahinter? Das schauen wir uns mal als erstes an. Roland, der letzte Präsidentschaftswahlkampf in den USA hat ungefähr 5,7 Milliarden Dollar verschlungen. Das schätzt das Center für Responsive Politics. Wofür brauchen die denn so viel Geld da drüben? Wie du weißt, ist Amerika generell ein sehr teures Land. Hier ist vieles viel teurer als in Deutschland. Ich lebe ja hier, deshalb weiß ich das und erfahre das jeden Tag. Aber es ist eben auch so, dass diese Wahlkämpfe unfassbar teuer sind. Vor allem Fernsehwerbung verschlingt wahnsinnig viel Geld. Es gibt ja überall diese lokalen Fernsehstationen. Ich sage mal zum Beispiel in Atlanta, in Georgia, der lokale TV-Markt dort gilt als einer der teuersten Werbemärkte der USA. Das verschlingt Millionen dort, Werbung zu schalten in den Fernsehsendern, in den Radiosendern, auf Social Media, bei YouTube. Es gibt hier 330 Millionen Einwohner ungefähr in den USA. Das heißt also, die Preise auch für Werbung sind natürlich viel höher als in Deutschland. Und das alles kostet Geld. Und dann kostet natürlich auch die Mannschaft Geld, das Team. Du brauchst in vielen Bundesstaaten Leute, die dort für dich arbeiten, die da von Tür zu Tür gehen und für dich Werbung machen als Kandidat. Und auch das, die wollen alle bezahlt werden, die kriegen Gehälter zum Teil. Gibt es auch Freiwillige natürlich, aber so das Grundteam muss bezahlt werden, Büros müssen bezahlt werden. Also es kostet ein unglaubliches Geld. Die Flugzeuge müssen betankt werden, es müssen Flugzeuge geleast werden, Autos. Also viel Geld. Viel Geld muss dann auch eingenommen werden. Ich habe gelesen, es gibt drei verschiedene Arten, wie die Parteien an Geld kommen, hauptsächlich durch Spenden. Und zwar entweder Einzelspenden durch auch normale Personen wie du und ich, die mal fünf, mal zehn oder mal hundert Dollar spenden. Dann gibt es aber auch sogenannte Packs und Superpacks. Was ist das denn nochmal genaues? Also die Regelungen zur US-Wahlkampffinanzierung, das ist ein Dschungel. Das ist über Jahrzehnte entstanden. Da wurden immer wieder neue Gesetze gemacht. Da gab es Gerichtsurteile auch vom Supreme Court, die wiederum dann die Regeln geändert haben. Also es gibt den berühmten Spruch, dass es genau zwei Leute gibt, die das System verstanden haben. Der eine ist tot und der andere ist verrückt geworden. Und das ist wirklich so, es ist sehr schwer zu verstehen. Ich versuche es mal einfach zu erklären. Gerne. Du hast im Grunde die Kandidaten, an die kannst du spenden, aber da gibt es sehr, sehr niedrige Limits. Also da dürfen einzelne Personen nicht mehr als ein paar tausend Dollar im Jahr spenden an die einzelnen Kandidaten. Und weil es da eben diese strengen Limits gibt, sind diese Super-Packs entstanden. Die finden im Prinzip außerhalb von dem normalen Kandidaten-Headquarter statt. PAC steht für Political Action Committee. Also das ist so eine Art Lobbyverband, könnte man sagen. Ja, das ist im Grunde ein Lobbyverband für einen einzelnen Kandidaten. Und diese Packs, die dürfen unbegrenzt Geld annehmen von Einzelpersonen, aber auch von Unternehmen. Und können damit dann einen Kandidaten oder eine Kandidatin unterstützen. Und das Besondere daran ist, dass es in den Regeln eben eine Vorschrift gibt, dass diese Packs, diese Super-Packs muss man sagen, dass die sich nicht koordinieren dürfen mit dem Kandidaten oder der Kandidatin. Das klingt erstmal verrückt, aber es ist so, die machen das quasi auf eigene Rechnung, wissen aber natürlich in etwa, was der Kandidat oder die Kandidatin braucht, um zu gewinnen. Und dann machen sie Fernsehwerbung und so weiter im Namen des Kandidaten oder der Kandidatin. Und oft ist es auch so, dass zum Beispiel die, die so ein Super-Pack leiten, die Leute, dass das Menschen sind, die zum Beispiel früher für den Kandidaten oder die Kandidatin gearbeitet haben. Oder die sehr eng mit der Partei verbunden sind. Die also ganz genau wissen, was zu tun ist, damit der Kandidat gewinnt. In Deutschland ist ja das System ganz anders, sodass die Parteien hier auch durch die staatliche Parteienfinanzierung ihre Wahlkampfmittel zu großen Teilen bekommen. Auch die bekommen Spenden oder auch Mitgliedsbeiträge. Aber es ist jetzt schwierig vorzustellen, dass sich Olaf Scholz vor Kameras stellt und sagt, haben sie vielleicht nochmal 5 Dollar oder 5 Euro für mich. Also ist das in den USA wirklich so, dass die Parteien nur auf diese Spenden angewiesen sind? Wie eben üblich. Das ist sozusagen auch ein kultureller Unterschied zwischen den USA und Europa, würde ich mal sagen, oder Deutschland und den USA, wird das hier eben alles privat organisiert. Der Staat ist im Grunde nur so eine Kontrollinstanz, aber das Geld kommt komplett von Privatleuten. In Deutschland zahlt ja zum großen Teil zumindest der Steuerzahler den Wahlkampf und finanziert die Parteien. Das ist einfach eine andere Kultur. Das ist nicht gut oder ich will das gar nicht qualifizieren, aber es ist eben eine andere Art der Parteienfinanzierung. Und das amerikanische System ist eben auch genauso wie in Deutschland das System über Jahrzehnte entstanden und hat eben so diese ganz eigene Kultur entwickelt, dass eben da große Firmen Einzelspender Millionen reinpumpen können. Aber du hast eben auch viele Kleinspender. Also das ist eben auch eine Sache, die gerne übersehen wird. Es sind nicht nur die großen Firmen, die die Kandidaten unterstützen, sondern die sammeln eben auch wahnsinnig viel Geld, 5 Dollar, 10 Dollar, 20 Dollar mit diesen SMS oder mit diesen E-Mails von Kleinspendern, einen von Fans, die sagen, okay, heute gebe ich mal 10 Dollar, weil mir der Auftritt des Kandidaten gerade bei CNN besonders gut gefallen hat oder so. Und ein Unterschied zu Deutschland sind ja auch noch diese Merchandise-Artikel, die es von den Kandidaten gibt. Also Donald Trump hat seine eigene Sneaker rausgebracht, die in Golden gehalten sind und die ihm noch ein bisschen Kohle einbringen sollen. Ich glaube 400 Dollar das Stück. Sowas wäre ja in Deutschland irgendwie auch nie vorstellbar, oder? Ja, das ist halt so ein Gag. Der macht damit ein bisschen Geld. Das ist, glaube ich, nicht der Hauptteil der Einnahmen, aber es läppert sich. Also vor allem auch so T-Shirts und Mützen, damit macht er eben Geld. Die MAGA-Bewegung, die Make America Great Again-Bewegung von Trump, die hat ja so ein Symbol, das ist diese rote Mütze, diese rote Kappe, Baseballkappe, wo draufsteht Make America Great Again. Und diese Mützen, die verkauft er seit Jahren und macht damit viel Geld. Und T-Shirts, als er damals in Atlanta im Gefängnis war und dieser berühmte Mugshot von ihm entstanden ist, da gab es dann danach auch gleich ganz viele T-Shirts, die man kaufen konnte und so. Also damit nehmen sie ein bisschen Geld ein, aber es ist nicht der Hauptteil, denke ich. Aktuell sorgt allerdings die Demokratin Kamala Harris für Schlagzeilen durch ihren regelrechten Spenden-Hype. Und das schauen wir uns mal als nächstes an. Roland, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme hat Kamala Harris schon 285 Millionen Dollar eingenommen. Das steht so auf der Website der amerikanischen Wahlbehörde. Dabei ist sie doch offiziell noch gar nicht Kandidatin der Demokraten. Wie kann das denn sein? Das wird einfach technisch dann direkt an die Organisation, die Wahlkampforganisation der Demokraten gespendet oder an den Super PAC, die vorher schon Joe Biden unterstützt haben. Und da sind so ein paar technische Feinheiten. Es ist zum Beispiel so, dass ja Kamala Harris und Joe Biden schon vorher gemeinsam Kandidaten waren. Deshalb ist das auch möglich, dass das Geld praktisch automatisch zu ihr rüber geht. Und deshalb ist es auch möglich, dass Leute jetzt für sie spenden, obwohl sie noch gar nicht offiziell nominiert ist. Das war, glaube ich, auch ein Grund, warum viele Demokraten sich relativ schnell auf Kamala Harris festlegen konnten als mögliche Nachfolgerin von Joe Biden, weil sie eben auf diese Spendengelder, die schon bezahlt wurden, dann Zugriff hätte, anders als andere Kandidaten, die dann erstmal da reinkommen müssten. Also es war ein Grund, man hätte das auch wahrscheinlich irgendwie so zurechtfrickeln können, dass auch ein anderer Kandidat das Geld bekommt mit ein paar Tricks. Aber im Grunde ja, das ist schon ein wichtiger Punkt gewesen. Sie ist eben mit der Euphorie, die der Wechsel ausgelöst hat, ist sie natürlich plötzlich sehr reich geworden. Also ihr Bankkonto hat sich sehr gefüllt, also nicht sie persönlich, aber ihr Wahlkampfbüro ist sehr reich geworden, weil es eben vorher bei Joe Biden so eine richtige Ebbe gab bei den Spenden. Also die Großspender vor allem, aber auch die Kleinspender haben irgendwann vor allem nach diesem katastrophalen Debattenauftritt von Biden irgendwann aufgehört zu spenden, weil die Euphorie war total weg und die hatten da auch ein echtes Problem auf der Biden-Seite. Und das war auch mit einer der Gründe, warum dann gewechselt wurde, weil man eben Sorge hatte, dass das Geld irgendwann fehlen würde für einen Wahlkampf. Und sie konnte dann diese Euphorie auslösen und dann auch viel Geld einsammeln. Kann man sagen, dass Joe Biden aus dem Amt gedrängt wurde von Großspendern, die ihre möglichen Spenden dann ja auch eingefroren haben und gesagt haben, solange Joe Biden im Amt ist, könnt ihr unsere Kohle erstmal nicht haben? Ja, also es gab Medienberichte, dass eben einige Großspender das gesagt haben. Ob das am Ende jetzt das ausschlaggebende Argument war, würde ich mal dahingestellt lassen. Aber es war sicherlich ein Argument dafür zu sagen, ich ziehe zurück und gebe eben hier den Staffelstab weiter. Wer sind denn so die größten Unterstützer der Demokraten? Also jetzt gerade auch von Kamala Harris? Also nochmal, die Kleinspender sind sehr wichtig. Das ist auch bei den Demokraten eine ganz, ganz wichtige Gruppe. Aber du hast eben viele auch Großspender aus dem Silicon Valley. Kamala Harris kommt ja aus der Bay Area, also aus San Francisco, aus der San Francisco Area. Da ist das Silicon Valley. Sie kennt da viele Leute. Es gibt viele Kontakte der Demokraten dahin. Von da kommt sehr viel Geld. Es kommt aber auch viel Geld aus Hollywood. Es kommt viel Geld aus New York, von reichen Leuten, von der Wall Street. Also aus allen möglichen Gruppen. Es ist nicht einfach so, dass man sagen kann, die Großindustriellen oder die Banken oder so unterstützen alle nur immer die Republikaner. Es gibt auch dort viele, die eben die Demokraten und jetzt Kamala Harris unterstützen. Kannst du uns denn vielleicht so ein paar Namen nennen, die besonders prominente Unterstützer von Kamala Harris sind? Also es gibt zum Beispiel Sherry Sandberg. Das ist ja eine wichtige Figur im Silicon Valley, eine frühere Facebook-Managerin. Es gibt aber eben auch viele Gruppen, die sich jetzt organisieren oder schon organisiert haben und die Geld zusammensammeln. Also es gibt zum Beispiel die berühmten White Dudes for Harris. Da ist so ein Schauspieler wie Jeff Bridges dabei. Den kennt man ja. The Dude, der bekannte Schauspieler aus Big Lebowski, der spendet da. Aber es gibt auch Gruppen wie zum Beispiel die Cat Ladies for Kamala Harris. Die haben sich zusammengefunden, nachdem bekannt wurde, dass J.D. Vance, der Republikaner, immer so über die kinderlosen Cat Ladies ablästert. Da haben die sich zusammengetan. Die sammeln auch Geld ein. Es gibt die Black Women for Kamala. Aber das sind schwarze Frauen natürlich, die sammeln Geld ein. Also es gibt viele so Grassroot-Gruppen, heißen die hier, die sich organisieren und dann doch auch Masse macht's. Am Ende viele Spenden haben für die Organisation. Würdet ihr für den Wahlkampf eurer Lieblingspartei Geld spenden? Schreibt uns das mal in die Kommentare bei YouTube. Und wir kommen jetzt mal zu Donald Trump und wer ihn unterstützt. Roland, Donald Trump ist ja selber Milliardär. Hat er dadurch mehr Geld zur Verfügung, weil er vielleicht auch ein bisschen was von seiner eigenen Tasche in seinem Wahlkampfbudget hinzurechnet? Ja, das ist ja das Lustige daran. Trump hat ja immer so getan, als würde er seinen Wahlkampf quasi aus eigener Tasche finanzieren, weil er so ein reicher Typ ist. Aber am Ende stellt sich immer heraus, er gibt praktisch überhaupt nichts aus seinem eigenen Konto, sondern macht sogar noch Geld mit dem Wahlkampf auf Kosten seiner Spender. Also lässt sich sein Flugzeug reparieren, bezahlen und so weiter. Lässt sich Hotel, also die Leute gehen in seine Hotels, da macht er Geld mit. Und er hat sich ja auch zum Beispiel seine ganzen Anwaltskosten erstatten lassen aus Wahlkampfgeldern. Also ich glaube, aus seinen eigenen Mitteln schießt er nicht besonders viel zu. Vielleicht gibt er ab und zu mal ein Trinkgeld aus der eigenen Tasche, aber das war es dann so ungefähr. Trump nimmt sehr viel Geld ein, muss man sagen, von Kleinspendern. Also diese E-Mails, die er verschickt, er hat eben eine sehr, sehr treue Base. Es gibt Leute, die oft gar nicht viel Geld haben, aber ihm trotzdem immer wieder was zuschießen. Zum Beispiel auch, nachdem er verurteilt worden ist in New York. In dem Verfahren hat er sehr viele Kleinspenden eingesammelt. Also das sind so Triggerpoints, die seine Anhänger immer wieder dazu bringen, ihm Geld zu überweisen. Und er fordert sie eben auch immer sehr geschickt wieder dazu auf, für ihn zu spenden. Und dann hat er natürlich Großspender auch, wobei gerade so aus der Industrie und aus dem Bankensektor einige doch lange Zeit zurückhaltend waren ihm gegenüber. Sind jetzt ein bisschen mehr geworden wieder. Aber wir wissen ja, dass einige auch aus dem Silicon Valley für ihn spenden wollen. Es gibt aber auch Leute, wie zum Beispiel einen etwas schrägen Milliardär, Timothy Mellon heißt der. Das ist so ein Erbe, der hat ein Riesenvermögen geerbt und der spendet für Trump. Wer sind denn, abgesehen davon, noch die wichtigsten Spender für Donald Trump? Ich glaube, ein ganz wichtiger Spenderkreis, gerade für die Republikaner, sind auch die Vertreter der Öl- und Gasindustrie. Es gab eine Geschichte darüber, dass in den US-Zeitungen, dass Trump, also große Manager von großen Konzernen, sich nach Mar-a-Lago eingeladen hat und denen dort gesagt haben soll, gib mir eine Milliarde Dollar für den Wahlkampf und dann mache ich hinterher für euch schöne Gesetze für die Öl- und Gasindustrie. Also der soll praktisch sich verkauft haben dort an die Öl- und Gasindustrie. Und es ist tatsächlich auch so, dass viele Spenden für Trump und für die Republikaner aus diesem Sektor kommen, weil die sich natürlich erhoffen, dass sie mehr Rechte bekommen, wieder Öl zu fördern, zu fracken, bestimmte Pipelines zu betreiben, die unter Joe Biden verboten worden sind aus Naturschutzgründen und dass sie insgesamt eben ein besseres Klima wieder dann haben für ihre Investitionen, als das unter Kamala Harris der Fall wäre. Und deshalb spenden diese Öl- und Gasindustrie, speziell auch aus Texas, sehr viel Geld für die Republikaner. Traditionell ist das so und das ist ein wichtiger Bereich auch für Trump sicherlich. Donald Trump hat Stand jetzt, während wir aufzeichnen, ungefähr 220 Millionen Dollar an Spenden eingesammelt. Kamala Harris zum Vergleich 285. Würdest du sagen, dass Donald Trump weniger Spenden eingesammelt hat, würde langfristig einen Nachteil für ihn bedeuten in diesem weiteren Wahlkampf? Das kann gut sein. Also wenn jetzt die Demokraten wieder einen klaren Vorteil gewinnen beim Geld, haben sie natürlich mehr Geld zur Verfügung, um diese berühmten Werbespots zu schalten, um bei YouTube zu werben. Das kann wichtig sein. Also zum Beispiel bei Joe Biden war es so, da haben die Demokraten wahnsinnig viel Geld ausgegeben für Werbung, aber es hat eigentlich gar nichts gebracht. Also du brauchst schon auch trotzdem einen guten Kandidaten oder eine gute Kandidatin, damit diese Werbegelder im Grunde dann deine Botschaft auch rüberbringen. Sonst bringt ja auch, wenn du keinen guten Kandidaten hast, dann bringt ja auch das ganze Geld nichts. Das war ja bei Hillary Clinton gegen Trump damals auch so. Hillary Clinton hatte wahnsinnig viel Geld, am Ende hat doch Trump gewonnen. Also es ist nicht immer nur so, dass du hier praktisch mit dem Geld dir eine Präsidentschaft kaufen kannst. Das ist natürlich sehr wichtig, aber du musst schon eine überzeugende Botschaft haben, ein guter Kandidat sein, um am Ende dann hier die Nase vorn zu haben. Das werden wir natürlich weiter beobachten. Ich würde aber gern noch mit dir, Roland, eine kurze Shortcut-Schnellfragerunde machen zum Abschluss. Erste Frage. Wie viel müsste ich zahlen, um selber US-Präsident zu werden? Du darfst sowieso nicht US-Präsident werden, weil du gar kein Amerikaner bist. Aber wenn, würde ich dir raten, vielleicht so 500 bis 500 Millionen bis eine Milliarde müsstest du schon mitbringen. US-Dollar. Dann wird es leider eng. Okay. Zweitens. Warum sind die Spendengelder in dem US-Wahlkampf so unglaublich wichtig? Weil du große Teams bezahlen musst, die für dich arbeiten. Du musst Fernsehwerbung bezahlen, du musst Internetwerbung bezahlen. Und das kostet einfach in den USA unglaublich viel Geld, weil das Land so groß ist, weil du so viele Leute erreichen musst. Wer hat aktuell bei den Spenden die Nase vorn? Donald Trump oder Kamala Harris? Ich denke, dass Kamala Harris gerade ein Momentum hat und sehr viel Geld wird einnehmen können. Vielleicht sogar mehr als Trump. Und das wird ihr natürlich helfen, auf dieser Welle zu surfen. Sie kann diese Welle mit immer frischem Geld versorgen. Und das ist natürlich wichtig, um dann am Ende gewinnen zu können. Kann man also, wenn man einen Strich drunter macht, sagen, Geld entscheidet die Wahl in den USA? Das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist ein sehr wichtiger Faktor. Aber am Ende brauchst du einen überzeugenden Kandidaten, eine überzeugende Botschaft und du musst deine Leute richtig mobilisieren. Und da kommt es auch darauf an, dass deine Leute mitgehen. Und zum Abschluss, Roland, wer wird denn eigentlich Präsident oder Präsidentin? Gute Frage. Wenn ich das wüsste, würde ich hier nicht sitzen und mir beim Spiegel mein Geld verdienen, sondern irgendwo anders. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe aufgehört, hier Prognosen abzugeben. Es wird wahnsinnig knapp. Das kann ich dir auf jeden Fall garantieren. Das Rennen hat sich verändert durch Kamala Harris. Sie hat eine Chance, Trump zu schlagen, aber im Augenblick ist sie noch der Underdog. Ihr könnt uns in der Zeit mal sagen, wie euch Shortcut gefällt. Schreibt uns das gerne mal in der Umfrage, die wir unten in der Beschreibung verlinken. Vielen Dank dir, Roland. Ja, schöne Grüße nach Deutschland. Macht Spaß. Vielen Dank euch fürs Dabeisein. Das war es mit Shortcut für heute und bis zum nächsten Mal. Ciao.